Ich fliege die DJI 3 Mini Pro mit den DJI Goggles. Das geht nicht, doch Riesenfreude für alle Besitzer der DJI Mini 3 Pro. Durch ein Firmware-Update könnt ihr mit der DJI Goggles nun auch die Mini 3 Pro fliegen oder die Integra. Die magische Zahlenkombination V010000600, das ist sie, die neue Firmware. Und ihr könnt den neuen RC Motion 2 Controller auch mit eurer Mini 3 Pro fliegen. Was nicht funktioniert, ist der alte Controller und die RC beispielsweise. Aber das ist natürlich super. Hier DJI Mini 3 Pro und DJI Goggles. Für alle, die so ein bisschen FPV-Luft schnuppern wollen mit der Mini 3 Pro, eine super Geschichte. Ein wirklich top, top, top Firmware-Update.